Ja und neben mir habe ich nun den Karl Gruber oder genannt Charlie, er hat ja ganz erfolgreich und mit großem Engagement bei Country Woodstock hier in Maurerschlag oder wie heißt das da? Kirschlag. In Kirschlag bei Maurerwirt genau, hat er die Technik ja aufgestellt und alle Künstler eben versorgt, dass sie gut spielen können. Vielen Dank, lieber Charlie, noch einmal dafür. Danke, gern geschehen und es war mir eine Ehre die Technik bei so bekannten Leuten und bei so guten Musikern zu machen. Es war eigentlich nichts dahinter, sie haben es eigentlich eh selber gemacht. Nein, nein, jetzt stellt er sein Licht unter den Schiffel. Lieber Charlie, du machst auch die Technik und du versorgst die Gruppen bei dem Golden Country Star bei der Verleihung auf der Geiler Night in St. Anton, da bist du auch wieder mit dabei? Ja, bin ich dabei, bin ich eingeteilt worden von lieben Herrn Georg, wie er das so üblich macht. Er sagt einfach, du machst das und ja, dann machen wir es halt. Aber du machst ja nicht nur Technik, sondern du bist auch als DJ unterwegs. Ja, ich bin sehr viel und eigentlich jede Woche als DJ unterwegs, hauptsächlich in Salzburg, in einer Oldie-Tanzbar, Oldie-Tanzbar-Laternl, sind seit mittlerweile 12, 13, 14 Jahren unterwegs. Und es ist immer, jeden Freitag die Hütte voll, wenn man so sagen kann. Also das heißt, DJ Charlie legt auf und die Hütte brennt? Die Hütte brennt ja, bis 5 Uhr in der Früh, 6 Uhr in der Früh, teilweise sogar länger. Also super, ein Tipp für DJ Charlie, der bringt es. Also wir haben eine Homepage von dir, die heißt wie? www.dj-charlie.eu .eu Also wer gute Musik haben will, bitte, hier ist euer Mann. Vielen Dank fürs Interview. Bitte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.